Khabab ibn al-Arad Khabab ibn al-Arad Khabab ibn al-Arad Khabab ibn al-Arad ist auch einer der ersten der Vorreiter zum Islam auch er soll der sechste oder siebte Mann gewesen sein, der den Islam angenommen hatte und er ist nicht nur der erste derer, die den Islam angenommen hatten er ist auch einer der ersten die den Islam offen ausgelebt hatten und offen verkündigt hatten deswegen erwähnt Mujahid Mujahid ist der Mujahid ibn al-Jabbar, der Schüler des Ibn al-Arad zählt zu der mekkanischen Schule des Tafsir Al-Madrasat al-Makkiya und er sagt Mujahid ibn al-Jabbar sagt, die ersten, die den Islam ausgelebt hatten, öffentlich bekannt gemacht hatten, sich dazu bekannt haben, das waren der Prophet sallallahu sallam Abu Bakr, Ammar Yasir und seine Eltern Yasir ibn Ammar und dann sagt Mujahid der Prophet sallallahu sallallahu sallam wurde von seinem Onkel geschützt Abu Bakr von seinem Volk von seiner Zippe was aber al-Khabbabin al-Arad und die anderen anging, weil das sie hatten nicht den gesellschaftlichen Rang den zum Beispiel Abu Bakr genoss sie waren teilweise teilweise waren es Sklaven oder Ex-Sklaven sie haben schon von Anfang an an Folter gelitten wurden gefoltert Mujahid ibn al-Jabbar erzählt eine dieser Folter Methoden die Khabbabin al-Arad man hatte sie man hatte ihnen Rüstung angezogen diese eiserne Rüstung und du musst dir mal vorstellen, wenn du in der Wüste bist du kannst nicht barfuß in der Wüste laufen und wenn du in der Wüste mit Sandalen läufst nach langer Zeit wirst du sehen du hast Löcher in den Sandalen und die haben sie bekleidet mit dieser Rüstung und haben sie in die Sonne gelegt und das ist eine Khabbabin al-Arad andere Formen von Folter erlebt er war im Haus von einer Frau ich habe ihren Namen vergessen wie sie hieß er hat dort gearbeitet bei ihnen als Schmied und sie hat sie hat gelegentlich sein Werkzeug benutzt das aufgeheizt und ihn damit am Körper gebrannt mag und deswegen sagt Umar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu wie es al-Shaabi berichtet er hatte mal Khabbabin al-Arad er fragte ihn mal was ist das was ist was er so erlebt hatte auch Umar ibn al-Khattab war in einer Position und hat nicht das durchmachen müssen was Khabbab durchgemacht hat ähm er sagte er hat ihn nach seinen Erfahrungen gefragt was er erlebt hat und er hat ihm seinen Rücken gezeigt und er sagte dann sagte Umar ibn al-Khattab ich habe niemanden gesehen kein Mann mit einem derartigen Rücken gesehen also total geschändet Khabbabin al-Arad radiyallahu anhu ist in Kufa gestorben Kufa weißt du wo das ist? im Irak nahm und er ist der erste Gefährte des Propheten sallallahu anhu gewesen der in Kufa begraben wurde im Jahr 37 nach der Hijra der erste Gefährte der in Kufa begraben wurde nahm in Kufa in Kufa